... geschickt werden. Das Gefechtsteam wird sich auf diesen Hill 137 konzentrieren, wo GI auf Klärer einen von NBA-Soldaten verteidigten Außenposten entdeckt hat. Herzlich Willkommen hier am Hill 137. Mein Name ist Bitwalker und ihr seid mit dabei bei einer Runde Battlefield Bad Company 2 Vietnam. Ja, hier der Hill 137 beruht ja eigentlich auf eine wahre Geschichte und zwar auf den Fight vom Vietnamkrieg. Genannt wird das Ganze die Schlacht am Hamburger Hill. Ja, warum das Hamburger Hill genannt wurde, erkläre ich euch nachher. Vielleicht kann euch eure Fantasie auch hier weiterhelfen. Ja, zu der Runde selber. Die war recht spannend, da es ziemlich oft sehr knapp herging. Und für die, die in Battlefield noch nicht ganz so eingeweiht sind, kurz zur Erklärung. Hier sind wir als Angreifer unterwegs und als Angreifer haben wir in diesem Spielmodus Rush, wo es darum geht, feindliche Kisten, die hier mit A und B markiert sind, zu sprengen. Da hat man eine gewisse Anzahl von Wiedereinstiegspunkten. Achtung, der Granatenwurf, den müsst ihr genießen. Das ist wieder ein typischer Bitwalkers Fail. Unglaublich ein Baum, den erwische ich. Ja, zurück zum Thema. Also es geht darum, die Kisten A und B zu springen und als Angreifer hat man eine gewisse Anzahl von Slots, also von Wiedereinstiegen. Das seht ihr hier ganz links unten. Da steht A und G für Angreifern und dabei derzeit 33. Das heißt, dass ein Angreifer stirbt und wiedereinsteigt, wird da einer runtergezählt. Ausnahme ist natürlich, wenn der Sanitäter einen wiederbelebt, dann bekommt man einen dazu. Die Verteidiger selbst haben unendlich viel Leben und das macht diesen Modus ja auch so spannend, dass man wirklich schauen muss, entsprechend taktisch vorzugehen, um genügend Spieler zu haben, ein bisschen Slots zu haben, bevor die Sache ausläuft. Gerade hier bei der ersten Station, Station Alpha ist bereits zerstört, wird jetzt ziemlich knapp und achtet einfach links unten auf die Anzeige. Mittlerweile sind es Nummer 23, wenn ich das richtig sehe und ich kann euch versprechen, das wird hier bei der ersten Basis wirklich, wirklich ordentlich knapp. Ich lasse euch jetzt ein bisschen mit dem Gameplay alleine und melde mich dann nachher wieder und da quatschen wir ein bisschen über den Hamburger Hill. Ich lasse euch jetzt bei der ersten Station. Ich lasse euch jetzt bei dem Gameplay alleine und treuorte. Ich lasse euch jetzt bei der ersten Zeit. Granate fließt! Granate fließt! Sie gehen den Bach runter! Zusammenreißen! Granate fließt! 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 das wird nichts mehr. Ja, ob es jetzt wirklich gleich vorbei ist oder nicht, das lasse ich euch jetzt überraschen. Auf jeden Fall brennt es ja ordentlich. Das Tolle bei dem Vietnam-Aidon ist eben, dass es auch einen Flammenwerfer gibt. Und ja, der ist richtig stimmig. Und hier ist dieser Weg, wo die Gegner keine runterkommen. Sprich, ich versuche hier mal möglichst Deckung zu geben mit Granaten. Meine Teamkameraden können bei mir einsteigen, da ich relativ lang überlebe. Überlebe. Aber ja, jetzt ist es auch schon vorbei. Ich werde gepuzzelt von hinten und die Sache ist ganz, ganz schön eng geworden. Beim nächsten Einstieg achtet bitte darauf, wie viele Slots wir noch haben. Und wie ihr alle sehen, das wird wirklich eine haarige Angelegenheit. Es sind aber zwei Slots hier und es geht eigentlich nur mehr um diese Kunden. Einer wurde wiederbelebt, das sind jetzt wieder drei Slots. Aus der Countdown läuft die Kiste, die Sprenglagerung zieht, zieht, zieht und ja, sie geht hoch. Und jetzt haben wir wieder volle Truppenstärke. Ja, zurück zum Hamburger Hill, zur Story davon. Das war ja im Vietnamkrieg damals, vom 10. Mai bis 20. Mai. Und die Vereinigten Staaten und die Südvietnamesen wollten ja da eben Nordvietnam angreifen. Und ihr werdet hier jetzt bei der nächsten Station sehen, dieser Hamburger Hill, ist ja wirklich ein Hügel. Und die Vietnamesen waren eben auf dem Hügel drauf. Und die Amerikaner haben gedacht, naja, sie spazieren da recht locker rein. Denn mit was wollen die da jetzt großartig dagegen halten, wenn sie auf einem dicht bewaldeten Hügel oben stehen. Ja, da haben sie aber mit der Energie und dem Kampfgeist der Nordvietnamesen nicht richtig gerechnet. Denn die haben es wirklich geschafft und haben ihre gesamte Artillerie raufgekarrt, raufgescheppert, das wirklich alles raufgetragen. Und haben wirklich die Amis dann ordentlich unter Druck gesetzt und mit schwerer Artillerie beschossen. Da war es dann wirklich knapp. Die Amis und die Südvietnamesen hatten circa eine Truppenstärke von 1600 Mann. Äh, 1800 Mann, dass ich es richtig sage. Und schätzungsweise von den Nordvietnamesen sind ihnen 1500 gegenüber gestanden. Und jeder weiß, der ja auch online zockt, von oben nach unten ist es leichter wie von unten nach oben. Und dann eben noch mit der starken Artillerie, ja da ging es hart her. Ja, trotzdem, die Bilanz ist, ja, kann man sagen, beeindruckend. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll in so einer Angelegenheit. Auf jeden Fall ist es so, dass von den Angreifern, sprich von Amerikanern und Südvietnamesen, knappe 70 Mann getötet wurden und 370 verletzt. Bei den Nordvietnamesen, die da auf dem Hügel gesessen sind, wurden über 630 Mann getötet. Also, die konnten zwar sehr gut dagegenhalten, am Ende hat es ihnen auch nichts gebracht. Ja, das ist hier ein bisschen zur Geschichte. Also, die haben sich ordentlich verschätzt, die Amis. Die haben wirklich geglaubt, da marschieren wir locker rein und machen einen auf großen Zampano. Ja, wurde leider nichts gewonnen, haben sie trotzdem, es hat dann ein bisschen gedauert und sie haben das Ganze übernommen, obwohl trotzdem etliche Vietnamesen noch geflüchtet sind und sich vertschüsst haben. Ja, und hier sind wir nun auf einer Position, wo man diesen Hügel eben schön sieht. Also, erste Station war doch noch im Bereich von dicht bewaldet und urwaldmäßig und hier sieht man schon der abgefackelte Hamburger Hill. Die Map gefällt mir übrigens sehr gut, denn diese Feuereffekte und die Baumstämme, die so klosen und brennen, wenn man die wegschießt, die Funkenfliegen schön macht fahren. Ja, dass ich hier mache, hier ganz ruhig auf dem Boot mit der MG zu ballern, ist taktisch natürlich nicht so klug, denn, ja, was fällt einem Sniper nicht leichter, als mich hier wegzupallern. Natürlich macht er das ja nun auch nicht, würde ich auch so tun. Bis jetzt war ich immer als Soldat unterwegs mit der M16A1. Ich bin einmal umgestiegen auf den Aufklärer, sprich den Scharfschützen. Habe mir da die M40 geschnappt. Natürlich das 12-fach Zoom, die Magnum-Munition. Ja, den Rauch wäre dann, wenn ich mit dem Panzer unterwegs gewesen wäre, bin ich nicht. Ich bin zu Fuß gegangen, bin ja eine Spatzkanone. Ja, Mündungsfeuer ist immer so eine Sache. Mündungsfeuer ist toll, man sieht, wo der Gegner ist. Man muss natürlich versuchen, dass man beim Anlegen und beim Zielen und Schießen dann eben schneller ist wie dieser, denn sonst gehört man der Katze. Gerade auch hier eine Mündungsfeuer entdeckt und da hinten versteckt er sich auch schon. Und leider ging der erste Schuss einmal ins Leere. Das Problem natürlich ist auch, der Gegner, oder wie selbst auch, wenn man auf der Sniperjagd ist, die sehen den Kondensstreifen der Kugel. Und der Gegner genau im richtigen Moment hat einen Schritt zur Seite gemacht. Da bin ich zurecht. Aber wir haben natürlich die Artillerie auch noch da. Sprich, wie es auch im normalen Modus ist, markieren, Artillerie feuert. Und das werdet ihr gleich sehen, den Sniper, der gehört gleich der Geschichte an. Jawohl, 50 Punkte, Gegner erledigt. Ja, die Soundkulisse, ich sage es bei jedem Video, glaube ich. Ich finde es einfach nach wie vor beeindruckend. Und das ist genau der Grund, warum mich dieses Spiel wieder mal fasziniert. Der Sound, der kommt dermaßen geil rüber. Ich kriege direkt Gänsehaut. Das ist genau der Grund, warum Battlefield 3 schon seit zwei Monaten vorbestellt und bezahlt ist. Die soll nur liefern. Und dann brauche ich starke Schneegestöber, Urlaub, Krankenstand, was der Teufel, was auch immer. Auf jeden Fall brauche ich dann viel Zeit, um zu zocken. Ich hoffe, mein Sohnemann sieht das auch so. Nur glaube ich, dass er dann mit seinem halben Jahr, was er dann alt ist oder dreiviertel Jahr, noch andere Prioritäten hat, als wie Papi hier ordentlich zocken zu lassen. Ja, hier auch ein Sniper, der sich versteckt. Das Nachteil ist natürlich, wenn man snipern und durch die Optik schaut, man verliert den Blick für alles rundherum und so ist es ihm jetzt auch gegangen und so ist es auch bei mir. Ich ziele hier nach vorne und alles, was rundherum ist, natürlich sehe ich nicht. Naja, klar, dann konzentriert sich doch und dann, Batsch, bekommt man eine von den Latz geballert. So, ich lasse euch wieder ein bisschen alleine und melde mich dann nachher wieder. Okay, angebracht. Gebiet räumen. Ach, verdammt, sie haben die Ladung entschärft. Wir müssen noch eine finden. Ich habe die Ladung entschärft. Sprengstoff ist angebracht. Sie haben den Sprengstoff entschärft. Sie haben den Sprengstoff entschärft. Greif das Ziel an! Sprengstoff entschärft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die Granate! Ja, hier im schweren Gefecht mit der Verteidigung des Panzers beschäftigt, auch wenn es nicht so Hightech gibt wie es heutzutage ist, die Panzerabwehrraketen hat es auch damals schon gegeben, ganz normale ungelenkte Raketen, die einfach geradeaus dahin fliegen, ja, reichen auch, um einen den Gar auszumachen. Ja, hier ist eben die letzte Basisstation, die Bravo offen, die gehört noch zerstört und ja, zum Schluss eben dann zu Fuß unterwegs sein, hier sind Panzersperren weiter, kommt mir nicht dran, was ja auch gut so ist, weil sonst könnte man fast in die Basis reinfahren. Ja, ihr seht noch, wir haben noch 45 Einstiegspunkte, also noch Leben genug und die Basis blinkt schon, sprich unsere Granate ist bereits gesetzt, es gilt es nur mehr zu verteidigen und ich kann es gleich vorweg nehmen, die Sache haben wir fest in den Griff und übernommen. Ja, und so geht das Video auch schon zu Ende, knappe 30 Minuten Gameplay, ich kann Battlefield nur noch anraten, es ist wirklich eine geile Sache, Action pur, Sound geil, alles wunderbar. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, würde mich freuen, ja, meine obligatorischen Sätze, würde mich freuen über einen Daumen hoch, Feedback, Kommentare, schreibt mir einfach, ich beantworte jede Frage und ja, wir sehen uns, danke, tschüss, tschau, euer Bitwalker. Die Nordvietnamesen haben ihr Ziel, einen Außenposten auf einer unzugänglichen Anhöhe in Südvietnam, um jeden Preis zu verteidigen, öffentlich gemacht. Amerikanische Einheiten und Ausrüstung werden in größerer Zahl zusammengezogen, um einen Angriff vorzubereiten und die NBA zu vertreiben. Aus Verneufer lautet, dass aufgrund des steilen Geländes und der Beherzigkeit der dortigen NBA-Truppen und sämtliche Angriffe scheitern werden.